Oh, noch eine. Tötung. Oh, noch einer. Ja, und die letzte Tötung. So, eine wunderschöne Lübe Zockermannschaft. Wir sind wieder zurück in schlechter Atem 2017. Nee, hier in Schatten des Krieges. Und ja, wir haben gerade gesehen, dass da hinten gerade irgendwas ist, was hier gerade Stress macht. Und ich glaube, es hat mich gesehen, oder? Nee, hat er nicht. Naja, soll er machen, ist mir egal. Ich will erstmal nach da oben. Soll er sich mal um die Orks kümmern, nicht? Das ist mir egal, wer das gerade hat. Ich will einfach nur nach da oben. Solange er mir nicht auf den Sack geht, ist das wie gar nicht mal so schlecht. So, bin ich schon oben? Nee, ich muss noch ein Stück. Dann gucken wir uns erstmal die Map an. Wo wir überhaupt sind. So. Ein... 4000? Das Versteck. Da ist ein Hauptmann. Da ist ein Monument. Eine Belohnung dafür. Hm, okay. Uh, guck mal hier. Hier können wir hier wieder so ein Dings machen. Hier ist noch ein Außenposten, wo er einen Kommandanten rauslocken muss. Okay. Und das hier? Das sind die Hauptmänner, die die Stadt... in ihrer Gewalt haben, oder wie? Hm, 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 gut. Ich glaube, wenn wir jesmal, wenn wir das machen... Äh... Ja. Wird Sauron bestimmt richtig böse auf uns sein. So, wer hat mein Auge zugedrückt? So eine Scheiße. So, das erste Ding haben wir hier. Das zweite... Oh, ein Artefakt. Oh, hier gibt es drei Artefakte. Hühlgräber. Ach so, hm, hm. Noch was? Okay, fehlt nur ein Artefakt. Zwei Stück. Noch wo was? Ah, hier ist noch irgendwas. Ah, hier ist noch irgendwas. Aha! Haben alles. Können wir uns das denn gleich mal angucken. Dann würde ich mal sagen, holen wir uns das hier, das hier, das hier und gucken wir uns das hier mal an. Oder später? Erstmal das hier. Und zwar da drinnen könnte interessant werden. Die haben mich nicht gesehen, oder? Ach, tatsächlich. Ich bin nicht hier. Jetzt spring doch hier hoch, danke. Oh ja. Schwing. So, runter mit euch. Schöner Schritt verpasst. Gefällt mir. Wo war das Ding, wo ich hin muss? Hier unten. Ja, die nerven mich doch bestimmt, wenn ich jetzt achte. Wie war das mit E fallen lassen? So. Ah. Perfekt. Perfekt. Und wieder hoch. Nicht, dass die uns schon wieder sehen. Nächstes Ziel, hier oben. Tag. Hallo. Ich bin nicht da. Hi. Lol. Da kommt's angerannt. Hä, warum rennen die denn weg? Okay, das kann jetzt interessant werden. So. Geht nicht. Gucken wir mal. Und runter mit dir. Ich bin nie erschöpft. Ich kann stundenlang rummachen. So, der letzte, oder? So, dürfte ich jetzt an mein schönes Artefakt hier ran? Eins von elf. Wow. Wieder elf Stück. Es ist leicht, die Orks als Bestien abzutun. Doch ihre Grausamkeit und List hilft ihnen dabei, im Krieg zu bestehen. Auch ihre Waffen erscheinen eher primitiv. Doch sie erfüllen ihren Zweck. Mit einem harten Schlag auf den Kopf lässt sich jeder Schädel spalten. Ob mit Stahl aus Gondor oder dem rohen Eisen der Orks. Das stimmt. Das stimmt. Hm. Ob man der einfach hier rumchillt? Hm. Wenn wir ihn treffen, machen wir ihn fertig. Ganz einfach. Diese Keule ist viel älter als das, was wir sonst auf dem Schlachtfeld finden. Der Ork, der sie stahl, kannte wohl kaum ihre Geschichte. Ah. Da ist doch jemand. Der hat doch hier was. Hi. Wie die da fleißig am trainieren war und dann kam ich an und boxt die erstmal nicht runter. Ach, jetzt kommen noch mehr. Ich will doch eigentlich nur nach da oben. Ja, dahin will ich doch eigentlich nur. Ich bin nur auf der Durchkacke. So, jetzt, was ist jetzt? Wir haben Alarme ausgelöst, oder? Wie schön es ist, wieder Menschen zu töten. Ja, es macht viel mehr Spaß und sie stübt besser als du rufst. Oh, was machst du denn hier? Wo ist denn jetzt das Artefakt? Da drin in der Höhle? Nehmen wir hier lang, da lang und dann vielleicht da hoch und dann... Oh. Okay. Dann müssen wir wohl hier durch die Höhle. Ach, die können wir hier mal ausquetschen. Hi. Was hast du denn zu erzählen? Wow. Das sind viele. Jetzt sehen wir mal von dem Typen, der da unten ist. Ein Feinschmecker. Der hat keine Nase mehr. Äh, da oben? Wo muss ich hin? Geht aber nicht, oder? Oh, wie komme ich jetzt da... hin? Nächster Moment. Keine Alarm auslösen. Da oben muss ich hin. Wie komme ich da hin? Irgendeine Idee, wie ich da hinkomme. Wo? Hm. Wollen wir den Typen befreien? Vielleicht macht er ein bisschen Stress. Äh, in der Zwischenzeit könnte ich mal gucken, wie ich da hochkomme. Hm. Äh, was machst du denn hier? Äh, was machst du denn hier? Ah. Gewusst wie? Wie? Und du bist auch weg. So, dann können wir ja... Oh. Hm. Wieso hat's nicht geklappt? Nochmal. Ich möchte da hoch, bitte. Ah. Vielen Dank. Ich möchte da hoch, bitte. So, jetzt ist die große Frage. Wir könnten jetzt diese Mission hier machen. Mal unten. Ach. Mal das selbe. Da war ich wieder. Dann wollen wir mal hier mal schneller. Kann ich? Oh. Doppelspace. Okay. Jetzt aber. Mal gucken, was wir hier machen müssen. Mal gucken, was wir hier machen müssen. Na? Deaktiviert den Alarm. Okay. Ein Sieg über den Kommandanten. Deaktiviert den Alarm. Mal sehen, wie schnell und leise du dich ganz allein wieder findest. Was? Zwei Lufttötungen? Ich will einen Raubzug in Ruhe. Das gibt tolle Kämpfe. Stimmt. Man kann das Pferd umlegen oder den Reiter. Hm. Egal wie. Töten dort macht Spaß. Ja, das ist jetzt ungünstig. Weißer. Die Dunkelheit ist unser bester Freund. Kann ich ihn nicht herlocken? Wäre eigentlich perfekt gewesen. Ich kann ja was testen. Warn ich für ein Geräusch. Na komm. Jetzt hatten wir ihn. Ich bin direkt hinter dir. Nein. Oh. Nein. Verkackt. Schön verkackt. Ich glaube, das schafft man nicht. Nee. Oder doch? Das mache ich heute zum letzten Mal. Was auch geschieht. Ich kann doch noch zu gehen. Nee. 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 Nummer 2 Drei Was ist das? Ein Ghoul Boah, noch eine Tötung Oh, noch einer Ja, und die letzte Tötung Auf dich kümmere ich mich jetzt erstmal Und dann kommt da Spacken dran Ei Und weg mit dir Ich muss aber auch passen Da ist auf jeden Fall einer Ich habe keine Lust Gegen die beiden da zu kämpfen Ich muss erstmal hier den 9er fertig machen Ein Feinschmecker Was? Hab ich entdeckt? Oder sollte ich den weg machen? Ach nee, das ist ein Schildträger Der könnte schwierig werden Gibt der Alarm los? Überhaupt nicht auffällig Statschutzzustellen, ich sagste Ja, kein Problem Was? Heute während des Fallens Mal sehen, wie blutrünstig diese Meuchler jetzt sind Sie sind nichts im Vergleich zu Elben-Mäuchlern Oh, Glück gehabt Und mich nicht entdeckt Ich möchte zu gerne Ist der Alarm an? Nein Sind auch ganz schön viele, die da sind Wenn ich die nicht hier zu mir locken Irgendwie Oh, was macht denn der denn da? Doch Die haben mich Entdeckt? Nee Alle zäh Müssen wir warten, bis der hier vorbeikommt Damit wir ihn wegmachen können So, jetzt ist der dran Er ist ja anfällig für Dings Er ist ja anfällig für Dings Da müssen wir jetzt richtig aufpassen Erschossen Lol Wir sind da übelst am Ausrasten Grad Und ich weiß nicht, was gerade los ist Wir haben den gerade richtig massakriert Lol So, was sagt ihr jetzt hier? Nichts damit Irgendwelchen Wie heißt das? Hier Alarmglocken Gedöns So, können wir ja das hier machen Als nächstes Wir müssen zu Kankra Ihre Visionen können uns helfen Wir brauchen den Ring Ja, ja Das mit zu Kankra Aber das könnten wir ja in der nächsten Folge machen Er ist der Bühne nicht wert Würde ich mal sagen Oh, da brennt jemand Würde ich mal sagen Vielen Dank Fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Bye, bye Und denkt dran Leute Immer schön den Lachs auf den Tisch hauen Nein Huh-huh-huh